Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an der Dinspec OpenColor Communication. Das ist ein Ringbuchordner gedruckt auf einem Epson 9000er System und das spezielle an diesem Drucker ist, dass dieser Drucker einen sehr grossen erweiterten Farbgarmut hat. Weshalb machen wir das? Das ist zum einen, weil im Digitaldruckbereich immer grössere Garmuts gefahren werden können, das heisst immer grössere Farben als zum Beispiel im herkömmlichen Offset-Druck und man vielleicht in Zukunft dann auch die gesättigteren Farben im Design im Farben-CI haben möchte. Wir haben dazu eben wie schon bereits erwähnt unterschiedliche einzelne Downloads und die möchte ich Ihnen jetzt neben dem gedruckten Ordner einmal kurz vorstellen. Wir beginnen zuerst mit der Druckversion. In der Druckversion haben wir 36 Farbcharts gemäss den H-Farbwerten, das heisst in 10er Abstufungen, H10, H20, H30, haben wir 36 solche Farbtafeln. Jedes einzelne Ringbuch erhält ein Prüfzertifikat, ein Prüfprotokoll von der Firma Prüf GmbH Matthias Betz. Aus diesem Ordner kann ein Designer die HLC-LAB-Werte herauslesen und im Download-Bereich ebenfalls ist dann eine Excel-Datei, welche die Farbwerte in sRGB und isocoded einmal absolut farbmetrisch und einmal relativ farbmetrisch herausgelesen werden können, um sie dann in Softwaren einzusetzen. Der Ringbuch-Ordner mit diesen Farbtafeln, der dient als Referenzwert zur Abmusterung und hat eine sehr hohe Genauigkeit. In Deutschland können Sie den digitalen Farbatlas unter proof.de beziehen. Zu erwähnen, bis Ende März gibt es hier noch einen Spezialpreis. Also wer schnell bestellt, hat noch den Ordner für 99 Euro. Den Ringbuch-Ordner bestellen in der Schweiz. Das geht unter publisher.ch. Sie gehen in den Shop-Bereich und im Shop-Bereich dann unter Neuheiten. Und hier können Sie den Farbatlas noch zum Aktionspreis von 129 Schweizer Franken bestellen. Und nun zu den einzelnen gratis im freier Farbe-Download-Bereich erhältlichen digitalen Dateien. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.